Ich dachte, es gibt kein Gewitter, hast du gesagt. Jetzt kann ich schon wieder nicht raus. Mama hat dein Handy wieder, Hohwei, wieder den einen dran, bitte. So, am Küchenfestag muss ich jetzt dran verkneifen, weil da irgendein Trottel da Musik angemacht hat mit Absicht oder auch nicht mit Absicht, ich weiß es nicht. Aber auch von daher kommt das Schelfflirt auf und zu, die sich gewaschen hat. Es gibt ein richtiges, schweres Gewitter. Ich schätze mal Bahnstufe, sagen wir jetzt mal, orange oder rot. Kommst du hinter mir bitte, fall es uns runter, es ist nicht gut. Du guckst ab und zu mal, ob die Musik am Küchenfenster vorbei ist, okay, ob ich am Küchenfenster wieder aufnehmen kann, weil hier ist es scheiße, guck mal. Boah, das ist eine scheiß Schelfklaut, da hätten wir auf uns zukommen. Ja, aber wir können nichts dafür, ja, aber ob die es mit Absicht macht, ist doch nur Frage. Komm, das sei, dass sie es aus Versehen gemacht hat. Aber wir haben doch keine drei Uhr bewahr. Oder haben wir schon drei Uhr? Nein. Und ich dachte, es soll erst 19... Moment mal, ich dachte, es soll erst 19 Uhr kommen, das Gewitter, und ich jetzt... Äh, Kinder, es gibt gleich Gewitter da hinten. Mach du, sag du mal Kindern bitte. Tut mir nicht gefallen, das sind kleine Kinder, sag das denn bitte. Sag mal, hallo, hallo, es gibt gleich Gewitter. Hallo, ihr Süßen da unten, es gibt gleich Gewitter. Ja, du musst doch mal sagen... Ich habe versucht, es die Kinder da unten zu fahren, aber die scheinen keine Reaktion zu zeigen, es gibt gleich da hinten was drauf. Ich habe Hüllenangst. Mag ich sie so oft so nehmen, ich habe Hüllenangst. Nicht gut. Wenn gleich der Windstoß kommt, dass man hier die runterfliegt, auch noch. So, äh... Tu bitte die Kinder nochmal, weil das ist wichtig. So, da hinten ist die Schelf-Cloud. Jetzt werde ich wieder am Küchenfenster mal möglichst versuchen. Ich weiß auch, woher das ist scheiße. So, ich weiß auch, woher das ist. Vielen Dank. 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 ... 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 Er... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2019 ZDF, 2021 Weil hier wird es nämlich genauso schwarz wie am Küssenfenster. Und das ist schon mal gut so. Ich brauche nicht mehr dauert Richtung Wahrstein zu filmen, wie das heißt. Und? Aufschreiben. Beweis und fertig. Nein, du bist nicht am Fenster, damit das nichts geht. Du musst mit am Fenster sein. Ich gehe doch extra am Fenster hin, du weh der Scheiße. Wenn du auch aufnehmen bist, hat er mir gesagt. Dann, und die macht die Musik an. Dann soll ich das aufschreiben. Du kannst auch so aufschreiben. Die wollte einfach, wie ich gerade am Fenster noch gestanden hatte. Ich meine, das ist ja nicht weggegangen. Musste ich ja. Du willst das Handy, aber ich kann es trotzdem aufschreiben, bitte. Schreib es bitte trotzdem auf. Aber komm mal sofort wieder, wenn du es aufgeschrieben hast, okay? Zweimal Anzeigen bitte, danke. Zweimal wegen Ruhsteuern und Lärm. Aber wegen Belästigung und Aufstammversauern. Danke. Ja, wir sammeln jetzt erstmal Beweise auf. Und dann kriegt die bald demnächst mal mal eine Anzeige. Und das zweimal obendrauf, da hat die jetzt am Küchen viel zerbächt, dass ich gerade aber ausgewichen bin. Jetzt kann sie mir nichts mehr antun mit ihrer scheiß Musik. Die kann jetzt nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Fein. Vielleicht bist du ja vom Blitz getroffen, Amsel. Tja, auch ein Vogel kann man nicht aufpassen. Mit Richter habe ich es gemacht. Das war Bobbik und Belästigung bei meiner Aufstabe zu versauen. Und dann hat die während der Mittagsruherzeit um halb drei Musik angemacht, laute. Das braucht auch nicht sein. Deswegen gibt es Beweise zum Sammeln. Und wenn sie sich weiter nicht dran halten mit Mittagsruherzeit, wenn sie mich weiter belästigen, ob sie ihre Musik bei der Aufstabe zu versauen, und wenn sie weiter Mittagsruherzeit, während Mittagsruher Musik anmacht, dann gibt es noch mehr Beweise zum Aufschreiben. Und dann, wenn wir so genug Beweise haben, kriegt sie dafür zwei Anzeigen, die sich gewaschen hat. Und muss sie dafür zweimal Buskgeld bezahlen. So ist es. Ich habe hier die ganzen Bienen um mich, aber es ist mir scheißegal, wenn ich gestochen werde. Da gehe ich lieber drauf für das Video. Wegen meiner scheiß Allergie gegen Bienenstiche. Ja, komm, rück mich doch hier, Bienen. Stech mich doch ruhig. Wenn es nicht mehr wert war, meinen Leuten hier. Lieber will ich in einer Welt leben, wo ich dumme eine Aufnahme machen kann, wo keine scheiß Leute sind. Das hast du jetzt aber nicht gehört. Ich habe übrigens gegen die Bienen gesagt. Hau ab, siehste. Die wollte mich gerade stechen. Das war, ich habe es mir in den Bienen gesagt. Nein, ich habe es gerade gehört. Ich habe nicht gegen dich gesagt, Baba. Nein, ich gehe nicht. Ich meine es, Bobo-Leuten. Korrigiert besser? Okay. Wir sind keine Bobo-Leuten. Da. Da und gegenüber. Nein, ich habe es vor Angst gesagt, weil ich die Bienen hier auf der Hand hatte. Die wollte mich stechen. Ich glaube, die hat mich schon gestochen. Nein, natürlich nicht. Doch, hier ist der Stich. Da, komm mal her, bitte. Das ist kein Stich. Nein. Ich habe es, mit Recht habe ich gesagt. Ich möchte lieber in einer Welt leben, wo ich nur meine Aufnahme machen kann in Ruhe, ohne dass die Bobo-Leuten dazwischen kommen. Das habe ich gemeint. Aber durch die scheiß Biene bin ich... Nein, durch die scheiß Biene bin ich die versprochen. Die saß auf meiner Hand noch mal, ich schwöre das. Ich habe mir versprochen gehabt, durch die scheiß Biene. Aber es ist jetzt auch egal mit dir, ja? Wenn du wieder so bist. Hast du aufgeschrieben alles? Dankeschön. Ich will, dass du im Moment zu mir stehst, mir helfen tust mit meiner Aufnahme. Mit dem Mobbing bitte helfen tust, ja? Da gab es die, die da hinten ist oder die gegenüber ist, ja? Und mir ist scheißegal mit dem scheiß Biene. Soll ich die Biene nicht stechen, kriege ich halt eine Allergie, lande ich halt ins Krankenhaus, wäre auch scheißegal. Achso, das ist jetzt die zweite Schefft. Abkommen wieder. Da sollst du mir das bisschen Ruhe lassen, meine Mutter. Die macht doch nur meine Videos, was es kaputt. Auch teilweise. Meine Mutter. Außer sehen, was sie gar nicht wollte. Aber ich weiß, was sie damit, ja? Also ich hab das auch nicht blödig, von den Leuten so scheiß behandelt zu werden. Ich hab das jetzt bald weggesucht, das könnt ihr jetzt hier gut sehen. Das ist wirklich die zweite Schefft. Vorher war es der erste. Aber die wurde leider mit Schwierigkeiten aufgenommen, weil die Bobberin da dazwischen kann. Aber jetzt ist sie die zweite Schefft. Meine Mutter braucht auch nicht so zu sein. Ich mache auch mit meiner Mutter Stress heute. Noch ahnen die Leute nicht, dass es das richtig losgeht. Oh, die Bienen, ey. Die gehen mir so aus auf den Keks. Meine Mutter. Ich soll sie mich doch auf den Balkon allein, dass es beide Bienen ist. Ja und? Ist auch meine Mutter schuld, wenn ich gestochen werde, wenn ich da liege, wenn sie es nicht sieht. Scheiße, die wollte ich auch wunderbar haben, die Biene. Die war so schön. Das sind die selten orangen Bienen, was das sind, die so orange sind. Ja, von rechts kommt auch eine Schelfklaut. Cool. Kommt ja von überall was. Das komische ist, es riecht auch nicht mal. Ich möchte so gut wie gar nicht. Also, jetzt müsste man sich mehr weiter rausbeugen, weil die Bär doch über den Wald da hinten wegzieht, die Schelfklaut. Und das ist doch dunkellaufen für mich. Aber es ist doch scheißegal. Ich habe hier so eine Nervlequitsche und eine Amsel da sitzen. Die geht mir auf den Geist oder was. Die Amsel da oben. Danke, dass du mit draußen bist, Bama. Ich habe wirklich nichts gegen dich gesagt. Und wenn, dann warst du auch so sehr sätbar. Aber okay, das war keine Absicht. Ich bin nur so knatschig. du mit draußenos. Das war es nicht. Ich bin nur so hart. Doré Bär Bash warst du, und dann lernen, wie viel ich, Ich bin nur so natschig. succed aber auch ein wieº, meine Pras Associate, Das bist du auch immer noch davon. Ich bin ganz gut und äidden, und mich ein sehr troch. Ich bin rechercheb… dass du auch in die Nast Dinner Wir machen jetzt etwas sagt ein bisschen… Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020